Heute haben wir einen besonders coolen Produkttest für euch. Einer der Nachteile an Wohnwagen ist ja das teilweise sehr umständliche Rangieren auf den Camping- oder Stellplätzen. Vor allem bei unebenem oder unbefestigtem Untergrund kann das manuelle Schieben ganz schön anstrengend werden. Für uns hat dieses mühsam mit Ziehen und Zehren jetzt zum Glück endlich ein Ende, denn die Firma Alco Fahrzeugtechnik hat uns ihr niegelnagelneues Rangiersystem, den Ranger, für einen exklusiven Test zur Verfügung gestellt. Und deswegen wird man uns jetzt auch häufiger mit diesem Teil in der Hand sehen. Der Ranger hat zwei Elektromotoren, die die Reifen durch direkte Reibung in Bewegung bringen. Und das Beste daran, die Steuerung funktioniert mit ein bisschen Übung praktisch millimetergenau. Die Motoren werden von einer Batterie im Innenraum versorgt. Und so sieht das bei uns aus. Neben den Ranger gibt es ja schon seit längerem das Premium-Modell Mammut bei den Rangierantrieben. Und wir haben bei der Firma Alco Fahrzeugtechnik nachgefragt, wo denn genau die Unterschiede zwischen den beiden Systemen liegen. Unser Ranger kann alles, was heute von einem modernen Caravan-Rangierantriebssystem erwartet wird. Im Hinblick auf Langlebigkeit, auf Qualität, Komfort und Sicherheit. Das Einzige, was ihn vom Mammut unterscheidet, ist, dass man noch ein bisschen kurbeln muss mit der Hand. Und wer alles noch ein bisschen komfortabler haben möchte, für den gibt es unser Mammut-System. Der hat dann quasi das Rundum-Sorglos-Paket integriert und hat quasi ein High-End-Produkt. Das heißt also, lediglich am Anfang muss man beim Ranger noch ein bisschen selbst arbeiten. Für Leute, die keine körperlichen Beeinträchtigungen haben, dürfte das allerdings kein Problem sein. Denn sowieso muss man ja bei den meisten Wohnwagen auch die Stützen manuell runterkurbeln. Und das kann man sogar auch mit derselben Kurbel erledigen. In allen anderen Punkten kann der Ranger seinem großen Bruder Mammut durchaus das Wasser reichen. Deshalb finden wir, dass es eine tolle Option ist für alle Leute, die hochwertige Qualität zu einem erschwinglichen Preis suchen. Und nicht nur das. Der Ranger ist auch perfekt geeignet, um zum Beispiel Unebenheiten am Boden auszugleichen oder um nach dem Aufenthalt den Wohnwagen wieder ganz bequem ans Zugfahrzeug anzukuppeln. Und das ganz ohne fremde Hilfe. Das ist besonders für Alleinreisende und natürlich speziell auch für Frauen eine richtig tolle Sache. Wir haben das System jetzt seit Wochen intensiv getestet und wollen nicht mehr ohne Reisen. Klar ist ein Rangierantrieb immer auch ein Stück weit ein Luxusartikel. Aber wir haben festgestellt, dass es gerade auch für uns den Campingalltag doch ganz erheblich erleichtert. Unsere Komplettes für dich finden ihr auf.